Moin allerseits und willkommen zurück zu Rise and Shine und ich glaube nun wohl zu wissen ungefähr, wo wohl das Spiel speichern tut und zwar ungefähr immer da, wo ich wohl zur nächsten Karte übergehe. Denn ich kann hier nämlich auch 10 laden und die Bilder, die ich da habe, die sagen mir schon irgendwie ungefähr, dass ich wohl genau richtig liege mit dieser Vermutung. Das ist wohl jedes Mal, wenn es irgendwie ins Schwarze übergeht oder zwingendweise ich irgendwie sowas habe, wo beispielsweise Rise da bei dieser Flüchtlingslager ist, mehr oder weniger, könnte man jetzt so sagen. Da ungefähr muss wohl ein Speicherpunkt irgendwie vorhanden sein. Naja, egal, ich will jetzt mal weitermachen, ne? Äh, okay. Hi, nette Bahn. Ja, wer ist das denn da oben? Die kamen mir irgendwie bekannt vor, die Charaktere. Okay, ich meine, ich habe einen Charakter sofort erkannt. Das war ein Goomba. Und ich glaube sogar ein Pilz, ne? Ich glaube, da war auch ein Pilz dabei. Äh, was? Giftgas ist echt witzig, oder? Die schnelle Art, Planeten zu unterwerfen. Ich bin ja mehr für das gute Alte erschießen und zerstückeln, aber der Kommandant weiß sicher, was er tut. Ja, er weiß wirklich, wie man Massenmorde optimiert. Hat echt effiziente Methoden drauf. Sag mal, warum führen wir diese entspannte Unterhaltung beiläufig direkt neben leicht explosiven Fässern? Keine Ahnung. Schon seltsam, dass unsere Raumschiffe immer noch leicht entzündliche fossile Brennstoffe verwenden. Ja, und... Hast du die zwei Leute da gesehen, die da plötzlich zu Blutfontänen mutiert sind? Nein? Nicht? Hm, ich schon. Oh, zwei Engel. Was ist das denn für ein Ding? Äh, da hat eine Maschine, da hat eine Maschine. Bäh. Super, ich kann doch nicht mal gerade nach oben schießen. Weg mit dir. Ah, geht doch. Warum kann ich den nicht gerade nach oben schießen? Ich kann echt nicht gerade nach oben schießen, okay. Was ist ja doof. Naja, egal, was soll's. Habe ich halt einen toten Winkel. Stimmt. Aber nee, das war... Ich kann irgendwas mit toten Winkel einstellen, allerdings ist das nur hier für, ähm, Dingsbums, Gamepad. Für die Sticks. Ah, okay. Hi, ähm, ähm, ähm. Nein, das ist... Ja, okay, ich habe den richtigen Knopf gedrückt, aber gleichzeitig falschen Knopf gedrückt. Ich habe... Ah, 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 ah. Was ist das denn für eine grüne Kugel? Macht euch hier weg vom Fenster. Au. Nö, wo kommt die Mine auf einmal her? Okay, ähm. Was? Kannst du gar nicht damit verrecken, oder was? Ach so. Okay. Die mache ich also mit den ganzen normalen Schuss platt. Das ist nicht gut zu wissen. Wieso warst du so organisch? Nö, wo kommt die denn auf einmal her? Okay. Immerhin rollt mein Kopf weiter. Komme ich so auch zum Ziel? Kommen die Minen auf einmal her? Wo ungefähr waren die? Äh, äh, nein, 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 nein. Au. Irgendwie fühlt sich mein Gesicht gerade so halb weggeschossen irgendwie an. Das ist, glaube ich, eine Nebenwirkung von der Explosion. Ich weiß nicht, ich habe gerade mehr auf das Raumschiff da hinten geachtet, als auf die Gegner. Ach doch mal hier weg vom Fenster, ja. Irgendwie kommt mir diese Figur hier bekannt vor. Ich weiß noch nicht, von woher. Okay, du bist auch schon mal weg? Hä? Warum kommt die alle her? Auf mich zu schießen! Ich will doch nur leben! Ist so okay, dich mache ich wirklich mit dem einen Schuss nur platt. Und ich gucke hier ein bisschen. Wieso lacht diese Feuerfontäne? Okay. Wer hat denn dann hier gelacht? Wenn nicht diese komische Fontäne? Na doch, das war das Ding. Warum lacht das Teil? Warum lacht es mich aus? So scheiße bin ich noch gar nicht. Hi. Warum ist ja mal sehr dick geworden? Au. Ähm. Komm raus da. Okay, nein, nein, au. Au. Der ist ne Maschine. Vielleicht sollte ich das lieber mit dem Elektrogeschoss machen. Wäre vielleicht keine so allzu schlechte Idee, oder? Hey, lass mich, lass mich in Ruhe. Na, komm raus. Was? Tu ich den Stun? Wart mal. Okay. Ich tu den offenbar Stun. Gute Nacht. Ich merk grad, ich hab nen Rückstoß. Ich hab nen leichten Rückstoß. Gut zu wissen, sollte ich dran denken, dass das auch noch vorhanden ist. Nicht, dass ich deswegen auch nochmal irgendwann verrecke. Achso. Du machst meinen Rückweg zunichte. Das ist schön zu wissen. Und warum bin ich hier plötzlich in so nem dunklen Tunnel? Was sind das denn? Das sind, glaub ich, Fledermäuse, oder? Was war das denn jetzt? Schaut mal, es gibt Überlebende. Das gefällt mir gar nicht. Hi. Bist du ein Zombie? Bist du Hulk? Warum hast du so ein komisches Leopardenhemd an? Und was ist ein Zombie? Das ist aber nicht gerade sehr gefährlich, muss ich sagen. Scheint, als könnte das Giftgas dieser Weltraumgrundsler noch mehr als bloß Leute umbringen. Man kriegt sicher einen Schurken-Nobelpreis, wenn man Leute mit seinen Giftgas nicht bloß umbringt, sondern sie auch noch in Hirnverschlingende Zombies verwandelt, oder? Ein widerliches, ekelhaftes, bösartiges, schleimiges Genie bei der Arbeit. Dieser Krieg, das ist abscheulich. Wie kann jemand nur so etwas tun? Krieg ist das einzige Spiel ohne Regeln, Kleiner. Ja, das stimmt. Deswegen gibt's ja auch so oft Fallout, ne? Äh, irgendwie sind mir die Gule aus Fallout dann auch wieder irgendwie lieber. Die rennt zumindest auf einen zu. Weißt das? Okay, roll dich nicht gleich in der Ecke zusammen, Kleiner. Wir haben ganz nebenbei meinen Flammenwerfer gefunden. Flammenwerfer? Der kommt uns hier im Dunkeln sehr gelegen. Diese Schöpfer sind echt witzig. Flammenwerfer? Kann ich da oben das Licht anmachen? Ne, warum mach ich denn das hier? Okay, ich hab wirklich jetzt Licht. Äh, wo ist denn Flammenwerfer? Hä? Ich seh keinen Flammenwerfer. Ist dieses Geschoss jetzt ein bisschen anders? Ist da jetzt Feuer dran, oder was? Ich, äh... Ich hab aber ne Taschenlampe. Okay. Ist das Spiel gerade in dem Fall sicher, dass ich nen Flammenwerfer bekam und nicht in Wirklichkeit einfach nur ne Taschenlampe? Weil ich glaube, ich hab grad ne Taschenlampe bekommen. Und ne Taschenlampe ist kein Flammenwerfer, auch wenns leuchtet. Explodieren die Zomps? ÄHä. Der klick hier. Ähä! Lass mich in Ruhe! Okay. Das tat weh. Mach durch, aber okay Ich merke gerade, der einzige Punkt, wo ich die wirklich killen kann, ist also wirklich nur der Kopf Gut zu wissen Ich meine, was soll man denn schon so gelernt haben Aus all den möglichen Zombieserien, Filme und Spielen, die es so gibt Immer auf den Kopf zielen Weil das ist das Einzige, was hilft gegen Zombies Yay Da kommt raus, die Zombies Hallo Keiner mehr da Will noch, wer? Ich könnte mich bei der Walking Dead anmelden, als professioneller Zombie-Killer Ah, okay, das ist jetzt nicht so toll Es sei denn, die kommen nur aus einer Richtung, dann ist es kein Problem Zombie-Kern jeden Tag, ich könnte es so weit da machen War es das schon? War es schon Okay Dann mal weiter Hebel? Äh, okay Was ist das denn jetzt? Achso Ich tue die Dinge hier irgendwie feststellen Oh Das ist ja sehr toll Kann ich die anderen auch zerstören? Ich hoffe mal nicht Ich will es auch gar nicht ausprobieren Nicht, dass ich die ganzen Zerstörer-Hundert noch schwieriger habe Äh, da Ein neuestem Knopf Oh, Hilfe Jetzt schießen die auch Oh ja, wie, die können auch noch durch die Wand schießen Ja, super Warum kann ich nicht auch durch die Wand schießen? Äh, lass mich hier durch Oh, fertig War ja, war nicht so schwer Achso Ich hab gar nicht gesehen, dass da ein Gitter war Äh, hi, was bist du denn? Äh, nette Waffe Oha Äh Hilfe Äh, falsche Teil Hä, Hilfe Was war das denn jetzt? Wieso war der so schnell? Oh So viel hat der jetzt aber auch nicht gerade ausgehalten Ist dieser Schädel nicht aus Gears of War? Ach ne, Quatsch Da war ja noch so ein Zahnrad Dann drumrum Genau, stimmt ja Oh Äh Boi Oh Hi Hi Mario Flamme Und tschüss Mario Flamme Macht euch weg da, ihr Roboter Warum kommen hier plötzlich Schädel runter? Spielt da oben irgendjemand gerade plötzlich Bowling? Hat funktioniert aber nicht mit Schädel Kann ich da durch? Kann ich da reinschießen? Kann ich da Was ist denn das überhaupt da? Offenbar kann ich wohl nicht da irgendwie herumlaufen Schade Naja, was soll's Flatte der Weltraumgunster im Orbit um Game Earth Kommandant Unsere Truppen haben 8-Bit City und den gesamten Retro-Kontinent eingenommen Sie lagen mit ihrer Schätzung für die Zeit bis zum Sieg lediglich 17 Sekunden daneben, Sir Hm Der verantwortliche General und seine Truppen bekommen einen Monat lang nur ein Drittel ihrer Ration und Gefangenenfolterzeit Das wird ihnen eine Lehre sein, meinen Plan nicht ordentlich auszuführen Jawohl, Sir Wie stellt es um meine Frau und meinen Sohn Rice? Konnten Sie sie auswendig machen, nachdem ihr Angriff auf die Hauptstadt fehlgeschlagen ist? Kommandant Deshalb bin ich hier, Sir Ich habe soeben erfahren, dass es sich bei dem Jungen, den wir in den Palastgärten verfolgt haben, um ihren Sohn handelt Er trägt eine eigenartige Waffe mit unendlich vielen Extraleben bei sich Es ist uns ein Rätsel, wie ihr Sohn gegen unsere Truppen bestehen kann Jedes Mal, wenn wir ihn ausschalten, taucht er kurz und nach unversehrt wieder auf Aber uns war es bis vor kurzem nicht bewusst, dass es sich um ihren Sohn handelt Okay, warum ist der Vater von Rice der Anführer von diesen Vollidioten, die hier diesen Krieg machen? Was soll das? Sir? Mein Sohn hat Schein bei sich Das ändert alles Machen Sie mein Schlachtschiff einsatzbereit Ich kümmere mich selbst um diese Angelegenheit Setzen Sie ihn so lange weiter unter Druck, Sie Versager Er darf nicht weiterkommen Lassen Sie sich was einfallen Und wenn Sie eine Mauer aus toten Grunzern um ihn herum errichten müssen Halten Sie ihn auf Jawohl, Sir Okay Warum ist jetzt der Anführer von diesen Idioten, die hier diesen Krieg anzetteln, der Vater von Rice? Was soll denn der Mist? Was hat denn das jetzt für einen Grund? Ich mein, das ist doch der Typ, der hier alle zwei Jahre hier die Welt retten tut, oder nicht? Ist das seine Masche irgendwie, alle zwei Jahre eine Belohnung abzukassieren, oder wie? Gibt es hier überhaupt eine Belohnung für die Rettung der Welt? Ich hab keine Ahnung Naja, weißt du was? Ich glaub, ich mach erstmal an dieser Stelle hier Ende Und ja, demzufolge auch Vielen Dank, bis zu schauen Und bis zum nächsten Mal Bye, bye Outro 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 Outro